Viel Arbeit steht an bei der Fischzucht Mauka. Die Besatzzeit hat Mitte März begonnen. Fast jeden Tag muss Chef Matthias Brunnhuber einen neuen Transport vorbereiten. Denn die hier gezüchteten Fische werden dringend in bayerischen Gewässern gebraucht. Also wir haben hier die Bachforellen eingeladen. Das sind zweijährige Fische. Die kommen jetzt an die Isar, weil die Eigenproduktion der Fische in der Isar einfach nicht mehr gegeben ist. Und man muss einfach mit Besatz nachhelfen. Die Bachforellen werden vorsichtig in den Transportbehälter gespült. Alles läuft wie am Schnürchen. Fischwirtschaftsmeister Matthias Brunnhuber kümmert sich um die Technik. Hier müssen wir den Sauerstoff noch einstellen, richtig, damit die Fische auch alle lebend zum Transportort kommen. Als vor 100 Jahren die Forellenzuchtanstalt Mauka vom Landesfischereiverband Bayern übernommen wurde, transportierte man die Besatzfische noch in Holzfässern. Der lebensnotwendige Sauerstoff war auch damals schon integriert. An der Garchinger Brücke sollen zuerst die vom Aussterben bedrohten Eschen in die Isar eingesetzt werden. Die Nachzucht dieser Art ist selbst für die erfahrenen Fischzüchter bei Mauka recht schwierig, da sie auf Laichmaterial aus Wildfängen angewiesen sind. Und das ist schwer zu bekommen. Durch die Fischpressenden, Vögel etc. ist die ganze Population verspunden eigentlich. Und dann haben wir die Verbauungen, überall können die Fische nicht mehr aufsteigen, die Laichplätze sind nicht mehr sauber. Das spielt alles mit bei der Esche, die da sehr empfindlich ist, spielt das da alles mit rein. Die Eschen werden eingesetzt, damit sich ihr Bestand im Gewässer irgendwann einmal stabilisiert. Seit über zehn Jahren verzichten die Münchner Isarfischer darauf, diese Art zu angeln. Falls doch mal eine gefangen wird, wechseln die Fischer den Standort, um die Eschen nicht weiter zu stören. Bei jedem Besatz kommt ein Mitglied des Fischereivereins vor Ort hinzu. Heute schaut Franz Huber vorbei, der Kassier der Isarfischer. Wir haben gleich die Fische dabei. Das ist mit der beste Platz, den wir da jetzt haben. Schön her. Was ist los? Ich glaube, die Größe und die Färbung ist genauso, wie es sein soll. Die Bachforellen, die jetzt ausgebracht werden, sind schon in einer fangfähigen Größe. Die Fischer wollen ja schließlich auch etwas zum Angeln haben. Pro Strecke darf jedes Mitglied 25 Fische im Jahr fangen. Ist für Isarfischer Franz Huber der Besatz jetzt angewandter Naturschutz oder nur Förderung des Anglerglücks? Der Bestand ist an sich sehr, sehr gering. Und um den zu stützen, machen wir eben so größere Fische in der Größenordnung, wie wir sie gerade rein haben, um eben zu erreichen, dass die vielleicht im Gewässer ableichen und dann eben selbst sich reproduzieren im Gewässer, nicht in der Zucht. Und das funktioniert? Wir hoffen, das weiß man immer nie. Das ist, wie man einen Samen in die Erde tut. Manchmal kommt was, manchmal kommt nix. Je strukturreicher die Gewässer sind, desto höher die Chancen. Hier ist es super, weil hier haben wir verschiedene Strömungsgeschwindigkeiten. Dann haben wir hier Totholzeintrag, wo sich die Fische einfach gut verstecken können und sich die erste Zeit gut akklimatisieren können. Also das ist perfekt. Arbeit macht hungrig. Matthias Brunnhuber geht gern zum Neuwirt nach Ismaning. Denn da weiß er, woher die Fische aus den eigenen Teichen der Gastwirtschaft stammen. Gut schaut aus, gell? Sehr gut. Vor eineinhalb Jahren haben wir den als so kleine Setzlinge geliefert. Und jetzt sind sie auf dem Tisch. Und guten wünsche ich euch. Ebenfalls. Zurück zur Fischzucht Mauka. Rasen mähen muss hier niemand. Das besorgen schon die Kamerun-Schafe, die hier leben. In den über 40 naturnahen Teichen werden Besatzfische aus der Nachzucht von heimischen Beständen und von wildlebenden Fischen aufgezogen. Um die genetische Vielfalt zu erhalten, werden die Zuchtstämme getrennt voneinander vermehrt. Bis zu 250 Kilo Fischfutter werden hier täglich ausgegeben. Damit in der Anlage nichts schief geht, wird rund um die Uhr alles genau kontrolliert. Bei uns wird zum Beispiel jede Minute Sauerstoff gemessen, um den richtigen Gehalt zu ermitteln und dazu haben, damit das Futter auch optimal verwertet wird. Wir wohnen alle hier, zumindest der Großteil. Es kann in jeder Sekunde irgendwas passieren. Motoren können ausfallen, Sauerstoffmangel, Sonnenfallen aus, dass man immer vor Ort ist und sofort reagieren kann. Seit 2001 arbeitet Matthias Brunhuber hier und gehört schon fast zum Inventar. Mir gefällt es, ich möchte auch keinen anderen Job machen und freue mich eigentlich jeden Tag, wenn ich hier raus kann zum Arbeiten. Und das ist die Schatzkammer von Mauka, der Laichteich mit Goldforelle, Regenbogenforelle, Bachforelle und Seeseibling. Im Winter wird der von den Elterntieren gewonnene Laich befruchtet und die Eier im Bruthaus großgezogen. Hier gelten strenge Hygieneregeln, damit Bakterien, Keime und Parasiten die Aufzucht nicht gefährden. Diese Bachforellen schlüpfen gerade aus dem Ei. In der nächsten Rinne sind die Setzlinge schon weiterentwickelt. Alle Entwicklungsstadien können in Gewässern ausgebracht werden. Auch Eier werden besetzt, wenn es gewünscht wird. Doch wesentlich stabiler sind Fische wie diese 5 bis 6 Zentimeter großen Brütlinge, die schon seit einem Monat fressen. Vor 100 Jahren war natürlich die Produktion eine ganz andere als heutzutage. Früher hat man mit 30.000 Setzlingen in Jahresproduktion gerechnet. Heutzutage machen wir bis zu 3 Millionen Eier. Es ist natürlich eine ganz andere Dimension als früher. Gerade wird eine neue Bestellung bearbeitet. 2000 kleine Bachforellen sowie 300 Goldforellen. Jedes Fischchen wird genau gezählt, denn immerhin kosten sie 20 Cent pro Stück. Geht das nicht auch schneller? Ja, geht nicht anders. Bei größeren Mengen wird natürlich ein Stückgewicht gemacht. Das heißt, wir zählen 300 oder 500. Diese werden dann geteilt und dann berechnet man das einfach auf. Auf einen Sack. Die Teichbesitzer warten schon auf ihre Ware, die von Lehrling Sebastian Daschner fachgerecht verpackt wird. Sebastian war früher Koch, doch dann entschied er sich, auf Fischwirt umzuschulen. Noch Sauerstoff in die Tüte und fertig sind die 300 Goldforellen zum Transport. Azubi Sebastian Daschner hat Spaß an seinem neuen Beruf. Man arbeitet draußen mit der Natur, mit Tieren. Schöner kann es eigentlich nicht sein. In einer Stunde werden diese Fischlein schon im Teich in Leitendorf bei Landshut schwimmen. Die Teichwirte sind alte Stammkunden, die schon seit Jahren auf die Qualität der Besatzfische hier vertrauen. Viele Fischarten in bayerischen Gewässern sind bedroht. Zu ihrem Erhalt beizutragen, ist die wichtigste Aufgabe der Fischzuchtanstalt Mauka. Untertitelung des ZDF für funk, 2017